Huuuii! Alter, ich träume heute Nacht von den Geräuschen der Kisten, ich schwöre. Ja, nein, so schlimm wird das nicht, so schlimm wird das nicht. Das wird noch besser. Ja, meint sie? Meine ich. So was packen wir hier unten hin. Wo? Kann man eine extra Kiste mit Fichtenzaun, äh, hier, Holzzaun und Holzzauntor machen? Ne, ne? Ja, doch, aber ich würde sagen, wir machen hier, hier machen wir eine Kiste mit Setzlingen. Was, wo? Hier in der Ecke, die kleine. Echt? Ja. Die kleine? Ich habe aber viele. So. Oh, Knochenmehl. Vielleicht machen wir eine da drüber mit Knochen. Achso, ne, da ist ja Steindon. Machen wir hier Setzlinge. Warte, ich haue das Schild weg. Hey, du Arsch. Also meinst du nicht, wir sollten vielleicht eine große Truhe für die Setzlinge nehmen? Ne. Ne, warte mal, weil, da könnten wir nämlich dann noch Knochenmehl dazu tun. Könnte man Setzlinge und Knochenmehl. Ne, lass uns das separat machen. Ehrlich, sonst kommen wir hinter total neueinander. Ne, dann lass mich das hier. So, dann können wir das mal eben hier wieder rüber. Warte, dann will ich das aber anders haben. Ach, ich will das aber anders haben. Ja. Alles willst du immer anders haben. Warte. Kies, Bruchstein, Holzstufen. Da könnte man hier unten Stein hin packen. Da müssten wir vielleicht noch... Ähm, da ist ja nichts drin, ne? Holzstufen? Ja. Ja. Lustig, ne? Was ist denn da drin, den Holzstufen? Gar nichts. Holzstufen? Doch. Oben links. Achso, und den Rest hast du ja alles drin gelassen. Ja, ich hab doch nicht so viel Platz in meinem Inventar. Was meinst du, was ich die ganze Zeit hier am aufräumen bin, wie blöde hier? Mhm. So, warte, gib doch mir mal aus dem Licht. Oh, hier sind noch Setzlinge. Zup. 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 So, hast du noch mehr Stufen. So, Setzlinge. Zup. 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 No, 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 no. Zup, 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 zup. So, wow. Wir kommen der Sache immer näher, ne? Ja, das ist anstrengend. Was tust du denn da rein? Ähm. Weißt du nicht? Was? Weißt du nicht? Wo? Wo ich jetzt bin, oder was? Pass auf. Hm, hm, hm. Hm, hm. So. Passend zu den Dingens. Knochenmehl. Wow. Und hier... ...tun wir dann... ...X-Bär rein. Ah, ich glaub, wir machen jetzt mal gleich ein paar... Oh, ist schon wieder dunkel. Es wird dunkel. Wie ein Bärenpuppo. Und da müssen wir dann erst noch sortieren. Aber, damit der Kubus weiß was da reinkommt, mach ich die Schnitte da noch ein Schildchen hin. So, fertig. So, ich futter grad mal, was? Ja, guten Hunger. Danke, danke. Also jetzt haben wir Holz, Kies, Bruchstein, Holzstufenstein, also normalen Stein... Nee, nicht normalen Stein. Irgendwie gebrannt oder so, ne? Erde... ...Setzlinge, Knochenmehl und Bruchsteinmauer. Wow, das sieht gut aus. Ähm... Schick, schön. Jetzt haben wir hier noch drei Kisten umbeschriftet. Und hier unten, wo Stein drin ist, müssen wir noch sortieren. Warte mal, da... Ich hab noch mehr Stein. Dann nehmen wir das mal raus. Patsch, 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 patsch... Ich komm gleich wieder. Natürlich. Wir sollten vielleicht noch eine Kiste mit... Oh. Mit... Ach, doch mal. Redstone machen. Ich glaube, wir nehmen die hier. Weil hier ist schon Redstone drin. Ja, das sieht viel schöner aus. So. Ich habe wieder ein bisschen Verschönungsarbeiten gemacht, junge Frau. Was hast du gut gemacht? Ich glaube, hier packen wir Redstone rein. Ja, das mit den... Weil hier ist schon was drin. Wow, jetzt geht hier richtig die Musik ab. Echt? Aber richtig Party. Also es ist schön mit den Glowstone-Lämpchen draußen. Die sind schön hell. Das ist gut. So, ich glaube, wir machen... Vor allem für so eine Schäde Schnitte. Cool. Meckern nicht wieder. Ich bin noch am Aussortieren. Ich habe wieder mal keinen Platz. Was könnte man denn hier reinpacken? Sand vielleicht? Was ist mit Weizen? Können wir den Weizen auch zu Setzlinge tun? Oder willst du den Weizen extra haben? Mach den ruhig extra. Hört schön anstrengend. Schön gemacht hier. Was ist mit Sand? Rettstum. So viel Sand haben wir gar nicht, ne? Fällt mir jetzt gerade nur stehen. Werkzeug. Musst du noch... Das ist eine gute Idee. Das sollten wir aber an die rechte Wand machen, finde ich. Hier? Ja. Okay. Aber ich denke mir... Komm, wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Und eine Kiste mit Wolle sollten wir vielleicht noch machen. Eine Kiste mit Wolle? Ja. Wow, ist das eine geile Aussicht hier. Weiße Wolle, graue Wolle, hellgraue Wolle, braune Wolle. Schwarze Wolle. Ja, ich gehe mal eben gucken. Ich mache mich mal eben auf Wolle suche. Obsidian. Eine blaue Wolle, rote Wolle. Teppich. Sollen wir Teppich auch zur Wolle tun? Äh... Ja. Ich gucke mal eben. Haben wir sonst noch was? Ich probiere mal eben was aus. Nein, keine Wolle mehr. Haben wir auch noch nicht so viel? Ich habe mir gerade wieder eine Idee gehabt, Schätzelein. Echt? Ist dir eine Idee gekommen? Mhm. Was ist das denn? Achso, okay. Ich habe nichts zu sagen. Ja, eine tolle Idee. Das ist sortiert. Das ist sortiert. Das ist... Haha, Kies. Nee, ich lasse das. Keine gute Idee. Was haben wir da? Sand. So, fertig. Gut, dann packe ich jetzt hier... Wo packe ich es denn hin? Hier oben. Genau. Kies, mies. Da oben kommt die Wolle hin. Du da, du da. Wo hast du denn das Holz? Sagt da oben. Da oben kommt die Wolle hin. Du da, du da, du da. Wollen wir Wolle? Wolle haben. So. Holz. So, so. Oh, warte mal. Sollte ich vielleicht Wolle und Teppich hinschreiben, oder? Hier ist nichts los hier draußen. So, hallo. Nee, nichts los. Nee. Irgendwie ist hier tote Hose. Ich muss mal auf die Pirsch gehen. Echt? Miau. Ja. Obwohl, ich habe eine Idee. Ich muss mal eben... Oh, Zombie. Wo? Ich habe ihn gehört. Ich glaube, der ist bei uns im Haus. Was? Ja. Warte. Ja, warte. Ich hole mir den jetzt. Ich bin da. Hallo. Wo ist mein Schild? Ach, da ist mein Schild. Guck mal, da ganz oben ist Wolle und Deppich. Oh, cool. Wobei ich noch nicht weiß, was ich hier in die mittlere packe. Ich weiß es nun nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Ich gehe mal gucken, ob der Zombie hier in dem Haus bei uns ist. Das hört sich so an. Ja. Wie denn? Nee, hier ist nix. Wollen Sie im Schlafzimmer? Hm. Oh, weiß ich nicht. Nein. Hier müssen wir auch mal sortieren. Alter Schwede. Also im Moment ist echt so. Ich sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht. Ich glaube, ich brauche gleich mal eine Sortierpause. Okay. Dann mach mal sortierpausenmäßig. Und ich baue mal eben hier. Nähterziegel haben wir einige. Sollten wir die vielleicht hier reinpacken? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wie weit wir hier kommen an der langen Wand mit den Kisten. Und dann nehmen wir vielleicht eine kleine Kiste statt einer Truhe, wo wir dann die Nähterziegel reinpacken, oder? Ja. Denke ich. Könnte ich mir so vorstellen. Ich hätte da noch ein paar Fäckelchen. Ein paar Fäckelchen? Ein paar Fäckelchen. Dann mach ich es mal. Achso, nee. Du hast ja schon nichts dazwischen gepackt. Aber das ist ja versetzt. Ja, es ist total versetzt. Das geht gar nicht. Nein, das geht sie nicht. Fick. Hallo? Dahin. Irgendwie haben wir Besuch. Das ist nicht gut. Und ich weiß noch nicht, wo er ist. Der sagt mir nicht guten Tag, der Besuch. So. Und so. Weil sonst passt das mit den Kisten nicht. Okay. So. Oh, Zombies. Hallo? So. Das da. Ah, da unten sind sie. So, so und so. Ich glaube, habe ich das jetzt richtig gemacht? Hm. Jo. So, dann müsste ich nochmal eins, zwei dazwischen frei lassen. Zack. Und. Oh. Ich habe keine Fackeln mehr. Warte, ich komme gleich. Ich muss mir eben hier Creeper töten. Ach, mach du mal. Weißt? Schon wieder Creeper. Eins, zwei. Zack. 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 Ich habe die Wand schon mal mit Fackeln bespickt. Für später. Schon wieder zu davon? Ich komme wieder. Okay. Okay. Ich mache mich mal vom Acker. Ein Schnittchen. Hallo? Hallo, Schlittchen. So, die ist auf jeden Fall hier gut geschützt. Wir müssen aufpassen. Wegen den Creepern. Aber die kommen mir im Moment nicht hier rein. Zum Glück nicht. Da kommt das Schnittchen aber auch schon wieder. Heute geht hier dauernd ein Telefon. Ja, das war nicht für mich. Weißt du? Das ist gut. Ne. Ich werde ja nicht mit jedem. Ne. Ne. Ach, wir sind schwer gefragt. Ach ja. So, Chub. Wieder eingetötet. Wo hast denn du angefangen mit den... Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, doch. Dann. So, aber wir müssen jetzt mal eine Pause machen. Ja. Weil der kleine Kubus muss nämlich mal pipi, ah, ah, lülle. Ja, ich muss... Was? Ih, äh. Es gibt Sachen, die wollen wir nicht wissen. Hallo. Ich muss mal eben die Fackel hier einsammeln. Meine Fackel, meine Fackel. So, hast du gesehen? Da die Wand habe ich schon gespickt. Da brauchen nur noch die Kisten dazwischen. Sehr schön. Nicht wahr? Sehr schön. Oh, ich höre einen Zombie. Ja, ja, die sind draußen. Wie schön. Aber das macht nichts. Ne, ne? Weil der Fackel... Der lässt einmal die Tür zu? Ja, der Fackel gerade ab und tot. So. Schön. Er ist tot, er ist tot. Er ist richtig tot, wow. Er starb im frühen Morgenruf. Ja, ja, ja. Das tat er. So. Jetzt würde ich aber sagen... Genau, würde ich auch. ...dass wir erstmal... Ich komme ins Haus und dann machen wir ein Päuschen. Verständlich. Dann haben wir ordentlich was geschafft, würde ich mal so behaupten, ne? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen was, ne? Ja. Ist noch viel Arbeit hier. Gut, wir bedanken uns ganz herzlich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020